Jodan Herzlich Willkommen hier zu dem Kanal und ja ich hab ein paar neue Teile bekommen und zwar den Zubrosa Griffenrahmen von Mark Burnett weil ich fand so ich sollte unbedingt mal einen weißen Rahmen fahren und daher damit mein Bike ja damals schon mal lila war so ein bisschen und auf der anderen Seite die Schrift ja auch lila ist fand ich das eigentlich ganz cool und dazu habe ich noch die Griffe angepasst sind die Odyssey Griffe mit Black and Pink Squirrel dazu habe ich dann von meinem alten Bike den Sattel wieder hochgemacht den Camo-Sattel von Jake Seely den pinken da und dazu habe ich mir dann noch die Jake Seely Street Streeper Reifen wird dann pink geholt weil passt halt alles so zusammen und zu dem weißen Rahmen halt passen die weißen Pedalen und ja hier Onswing vom Papa Shoutout danke für die wir finanzieren und ja die Video wird jetzt ohne all zu lang sein weil ja was soll man da zu viel labern so ihr seht jetzt noch Clips und ja dann würde ich sagen viel Spaß mit den Clips was halten sie von BMX fahren ne warum Statement Ist mein echtes Gesicht? Erstens, erstens. Jetzt bist du halt. Mach du mal einen Fakie! Fakie im Sitzen. Statement? Adler, das ist. Sag mal noch was. Das ist mein sehres fache. Das ist mein sehres... Du kommst. Aaaaaaahhhhhh. Aaaaaaahhhhhh. 1,62 gehobt. 1,62. Oh, guten Tag. Die war's! Guten Tag. E-Prox. Wie wär's, Junge? E-Prox. 1,70. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017